Was ihr da hört, ist DJ Functionist an den Decks, aber hier auch bei mir am Mikrofon. Nochmal hallo, Matthias. Es sind Elektro-Guzzi, die hier laufen im Hintergrund mit Achse-Dachse. Super. Und davor Ogris Trebris mit Mieze-Katze. Viele Tiere. Und wir haben noch genau 35. 35 Sekunden. Es ist echt spannend, das ist kribbelnd. Man muss sich vorstellen, per Satellit sind hier neun Radiostationen in Europa verbunden. Und während hier bei uns die letzten 25 Sekunden runterlaufen vom FFP-Programm, werden wir auf die Sekunde genau diesen einen Regler aufmachen. Und plötzlich wird BBC Radio 1 zu hören sein mit Danny Howard am Mikrofon. Genau, in der nächsten halben Stunde bei Danny Howard dann noch ein Mix von Sam Divine. Und wir sind gespannt. Es ist wie Silvester. 5, 5, 4 und wir wünschen viel Vergnügen mit Radio 1 bei Europe's Biggest Dance Show. 7, 6, 5, 4, 9, 8, 0. Da ist noch nichts. Da ist der falsche Regler offen wahrscheinlich. Aber wir sind schon mit der BBC verbunden. Jetzt müssen wir genau jetzt losgehen. Jetzt hätten wir sie als 8 vor. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, da. Jetzt. 9, 6, 9, 6. Make some noise for yourselves. 8. 8. 8 countries. Go. 8 countries. Are you guys ready for a party? Yeah. One massive Friday night. Friday. This is Europe's Biggest Dance Show. Go, go, go. Coming up. Coming up. In one hour. It's 1 Live from Cologne. In half an hour. It's P3 from Stockholm. P3, Sveriges Radio. But right now, live from London, Danny Howard. Yes, indeed. And wow, this feels massive and massive. It's exactly what it's going to be. It's Europe's Biggest Dance Show. Welcome along. I'm Danny Howard. Kicking things off here in the UK, live on BBC Radio 1. I'll be taking us up to 7 p.m., where I will then be handing over the controls to Sweden, then Germany, then Belgium, Ireland, Austria, Finland, and Norway, all joining the party. Each city will be in charge for 30 minutes, representing the best dance music that their nation has to offer. I've got loads of amazing tunes to play you in my half an hour. I've got a mini-mix, best of British theme from Sam Devine, but what better way to kick off than one of the most respected D&B DJs, not only in the UK, but across the world. It's also my hottest record tonight, Andy C and DJ Ray. This is Ghost. Hear the sound of my heart beating down to the floor. Underneath my feet, I feel it slipping out of my head. And it's your heart's pure to swallow. All I've been sad turned times on. Feel like I'm looking at my life from a window. Am I just passing by? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020